So, heyho Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft Aquarian Skies. Ja, wir sind hier wieder in unserem wunderschönen kleinen Haus, was ich ja nicht gebaut habe. Draußen ist der Baum gewachsen, schon, nice. Und hier seht ihr auch schon ein Schild mit so einer kleinen Liste, was ich ja noch alles brauche, für die Erfolge, die ich eigentlich machen wollte. Und wenn wir mal hier in diese Liste schauen, seht ihr schon, hier, hier, hier und hier, ich hab sehr viel Holz gefarmt. Wir haben auch kein Baum mehr. Ich hab wirklich die drei Stacks fast alle, äh, fast alles wirklich komplett durchgehämmert hier bei den Bäumen. Ähm, ja. Und heute will ich mich mit etwas beschäftigen. Äh, also, eigentlich, äh, ja, ihr seht jetzt schon eh. Ups. Mh, ich wollte halt, ähm, jetzt was machen, nämlich. Also, wie immer. Wir haben 14 Kabels sonst auf jeden Fall. Ich hab halt schon viel durchgesiebt auch. Also, zu Gravel verarbeitet und dann halt durchgesiebt. Seht ihr jetzt schon an den ganzen Broken Ores. Hier, 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 hier und so. Und hier in der Stonehocks liegt noch vier Broken Iron. Also vier, äh, gebrochene Eisen sozusagen. Wenn wir die zusammenkraften, hatte. Ich kann's ja grad mal zeigen. Guck mal. Ein Iron Ore Gravel. Wenn wir die jetzt nämlich zusammenkraften, kriegen wir das Iron Ore Gravel. 100% or Sand. Jetzt müssen wir das nämlich, ich kann's ja, äh, hier, zeig's mal, wie das funktioniert. Ich glaub, ich hab das sogar schon mal gezeigt. Einmal hinsetzen und dann mit dem Hammer draufkloppen. Dann kriegt man hier das Crushed Iron Ore. So kann man sehr gut auch Erze vervielfältigen. Hat man hier jetzt das Sand. Und jetzt kommt der Dust. Eine, äh, Stufe sozusagen feiner noch. So. Vier Pulverweist Iron. Können wir wieder hier zusammenkraften. Kriegen wir Iron Ore Dust. Das ist die, ähm, niedrigste Stufe. Wie noch mehr? Schöne. Das ist die niedrigste Stufe. Ich nehm mal den mittleren Reward Bag. Und... Und das können wir halt einschmelzen. Wenn wir Glück haben, kommen manchmal noch weitere von den Crushed Dingern raus. Oder von den Pulverweist Dingern. Äh, hier, äh. Von den hier oder von den hier. Kommen manchmal ein paar mehr raus. Und so kann man halt ganz gut Erze vervielfältigen. Langsam, aber es geht. Und Reward Bag. Drei, zwei, go. Chicken Jerky. Nice. Essen. Sehr gut. Ach ja, ab wo essen. Ähm. Äh, ich... Ja, äh, ich, ähm, habe etwas gemacht. Ja, das sieht halt noch alles im Chat. Habe ich gar nicht, äh, gelöscht. Hätte ich gelöschen sollen. Egal, ähm. Ups. Ja, ähm, ich habe uns mal ein paar Leben dazugegönnt, weil ihr seht jetzt schon, ne? Dine, six times. Alles nur an Starving. Weil, ähm, es ist richtig schwer zu überleben hier. Also, ich habe halt wirklich die ganze Zeit nur Bäume, nur, wirklich nur Bäume gekloppt, ne? Also, hier, äh, hier Setzling gesetzt, hochgezüchtet mit Bonemiel. Und dann mit einer Kruk hier alles ab und eine Axt halt alles abgebaut. Und übrigens hier, die Axt hat Auto-Repair und Haste bekommen. Yay. Ähm, auf jeden Fall, äh, ja. Auf jeden Fall richtig heftig. Ich habe richtig viel verloren. Richtig, äh, richtig viel Hunger habe ich einfach verloren. Und, ähm, da Äpfel halt wirklich nur gar nichts bringen, äh, bin ich halt wirklich die ganze Zeit einfach nur dran krepiert. Habe eigentlich auch mega viele Köpfe gekriegt, die habe ich aber weggeschmissen. Weil ich irgendwie dachte, ja, ist irgendwie auch nicht so ganz... Habe ich halt einfach gesagt, ja, komm, ähm, ich würde mal sagen, dass ich halt, äh... Ups. Dass ich halt, ähm... Kann man das eigentlich zu irgendwas noch... Okay, ne, kann man nicht. Ups. Das bringt auch nur ein halbes... Das. Übrigens, nur zum Sagen, das ist ein getrocknetes Hähnchen. Und das mit einer halbe Hühnerkeule. Alter. Entweder muss man hier 10.000 Tonnen Essen fressen. Täglich. Oder man muss das halt, äh, zu dem, äh... Von der einen, ähm, Mod weiterverarbeiten. Hier. Das ist ja eigentlich Bombs-Haves-Quart, aber das haben sie hier irgendwie, äh, zu einem anderen Mod gemacht, also irgendeinem Hang... Ah, ah, ja. Hangar-Overhaul, so. Müssen wir auf jeden Fall auch noch viel machen. Lecker. Ja. Lol. Cool. Donuts. Lecker. Naja, auf jeden Fall, ähm, ja. Das wollte ich jetzt, äh, mal mit euch machen. Ist jetzt eigentlich noch irgendwas frei geworden dadurch. Hier. Ne, komplett. Okay. So, als nächstes wollte ich halt noch, ähm, ups, etwas mit den Steinen machen. Denn, ihr kennt ja sicherlich den Vanilla Furnace. Kann man den eigentlich noch zu irgendwas umcraften? Blatt-Altar. Blatt-Altar. Generator. Slutspoider. Ne. So. Wir brauchen nämlich einen für... Warum hab ich dafür eigentlich gar kein Achievement gekriegt? Taken. Achso, weil ich die Spitzhacke nicht gemacht habe. Ups, egal. Ah, das stelle ich mal hier so hin. Den Furnace. Sieht jetzt nicht schön aus, ist aber zweckmäßig. Denn, wir brauchen jetzt Holz. So, kann ich hier mal einen umkraften. Ist sparsamer. Denn, wir brauchen jetzt nämlich... Äh, äh, vier Steine. Ähm, drei Holz. Hab ich noch drei Holz hier? Nein. Obwohl, wie kraftet man eine Bowel? Vielleicht. Genau, so schreibt man auch Bowel. Ne, okay. Wie schreibt man auch mal Bowel? Äh, ähm, äh, ähm, äh. Ja. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist halt noch das ganz normale Vanillerezept. Ähm. Egal. Ich glaube, das ist noch ganz normale Vanillerezept hier. Dürfen sich, glaube ich, eigentlich nichts geändert haben hier. Oh. Bestie, good, greater, epic, legendary. Bookbinder. Gibt's, nein. Nein. Wofür braucht man diesen Bookbinder? Kann ich hier gerade mal ganz kurz schauen. Vanillz. Egal. So. So. So, vier Steinse. Äh, Steinse, genau. Vier Steine haben wir jetzt schon mal. Genau. Bowel. Achso. So. Okay, ja. Ähm, ja. Manche wissen jetzt vielleicht schon, was ich machen will. Eine Bowel. Ein Bowenmeal. So. Yay. Eine Empty Watering Can. Da wir kein Bowenmeal mehr haben. Äh, ähm, bräuchte ich halt, äh, brauche ich halt eine neue Wasserquelle. Äh, ja. Neue, ähm, Quelle, damit das halt alles schneller wächst. So. So. Und deswegen habe ich mir jetzt halt die Watering Can getverhaftet. Damit das halt nicht Jahre dauert, bis ja endlich der Baum hochwächst. Und so. Ja, jetzt packe ich mal hier so in die Kiste. So. Ja, zwei Steine haben wir auf jeden Fall noch. Äh, äh, hier könnt ihr theoretisch schon mal vier Steine abhaken. Ihr seht ja jetzt schon zwei Red Zone, zwei Iron. Hä, was ist da da vor? Aber ich kann es dir gerade nochmal zeigen, ähm, was wir jetzt noch machen könnten. Ich frage mich gerade, wozu ist der Bookfinder da? Ich schaue gerade mal ganz kurz. Bookfinder. Uh, Wordbook. Nice. Usage gibt es nicht. Recipe. Zwei Papier, zwei Strings. Psst, ähm. So. Wir könnten jetzt nämlich, ähm... Wo waren das? Ich glaube, hier war das. Hier, Storage Wars. Better Barrels könnten wir jetzt machen. Da kriegen wir einen Full Heart vollen für. Ich traue den Full Hearts nicht mehr. Sorry, aber... Ich traue den irgendwie nicht mehr. Ähm, ja. Better Barrel kriegen wir da auf jeden Fall für. Und ich kann es dir gerade mal kurz zeigen. Von der Mod. Jabber. Better Barrel kostet nicht viel. Nur ein bisschen Holz... äh, Holzloks. Einen Slab und eine Kiste. Ähm, dann brauchen wir noch das hier. Das kostet auch nur ein paar Planks und Zaun. Und jetzt kommt das Teuerste eigentlich. Das Storage, okay. Dafür brauchen wir halt noch zwei Pistons. Und dafür brauchen wir wieder Eisen und Wetzeln vor allem für. Und dann halt nochmal wieder... Kabels. Deswegen, äh, bin ich halt gerade am Spahn. Es ist Nacht. Kann ich mir gerade mal kurz das Pen legen. So. Ihr seht das übrigens auch noch hier immer, äh... Obwohl, ich bin, glaube ich, nur ein oder zweimal heute zu Death gestarft. Ja, ähm... Äh, äh, ähm... Ach ja. Die Better Barrels. Kann ich gerade mal ganz kurz jetzt nochmal alle craften hier. Ach ja, geht jetzt nicht. Naja, ich hab keine Kiste. So. Dann kaufen wir uns mal, äh, so ein Barrel endlich mal. So. Sind ja nicht sehr teuer. Boom. Better Barrel. Yay. Warte. Doch, Structwell MK1. Genau. Mit Planks und Zäunen. Hier ist ja, glaube ich, noch das alte Zaunrezept drin. Mit den Sticks. Ne? Genau. Okay, wir brauchen noch mehr. So. So, vier Zäune. Äh, äh, so. Und wir haben das MK1-Upgrade. Das soll jetzt schon mal ein bisschen was haben. Das Better Barrel kann ich ja jetzt schon mal irgendwo hinstellen, vielleicht. Vielleicht irgendwie hier so. Obwohl, ja. Hier ist es so voll einfach, ne? Stell es vielleicht mal nach draußen. Nach wohl draußen. Ja, ja. Stell ich denn das mal hin? Ja, komm, ich stelle es einfach mal hier so hin. So, Better Barrel. Oh. Oh. Äh, äh, so. Äh, äh, so. Wir haben jetzt nämlich noch Aluminium, Nickel und Koffer, äh, Dust. Das können wir ja auch noch direkt immer schmelzen. Warte. So. Iron Ore. Dann kommt Koffer dran. Wo, ähm, und ich, äh, hab mich nochmal schlau gemacht und wir hätten echt die Pfanne nehmen sollen. Die kann nämlich, ähm, zwei, äh, vier, ja. Naja, eigentlich alles halt gleich, alles, ich glaub, ja, bis zu vier Sachen, glaub ich halt, ähm, gleichzeitig durchschmelzen. Die, äh, die Pfanne ist zwar echt langsam, aber die kann halt wirklich vier Sachen, also, ja, bis zu vier Sachen halt gleichzeitig durchschmelzen. Das ist schon eigentlich ganz gut. Also, wir hätten echt irgendwie, ehrlich gesagt, die Pfanne nehmen sollen. So. Okay. Ja, wir haben unsere ersten Ärzte. Oh. Ich pack die Ärzte mal lieber hier in, äh, die wertvollen Kiste. Also hier in halt die Strongbox. Übrigens, hier seht ihr noch 14 Silikworms. Ich hab ein paar kompostiert, davor braucht man aber, ich glaub, wie viel waren das? Ich glaub, 16 oder so. 16, ja, 16 oder 18, bin mir grad nicht sicher, von den Silikworms. Ich war ein Dirt. Und das lohnt sich exakt nicht. Ich hab ja noch 16 Baumgülle für eventuelle Crafting-Rezepte. Äh, Rezepte. Ich glaub, die Big haben wir noch mal, ähm, zusammengekriegt. Also, zusammen in der Aufnahme, mein ich. Ja. Ähm, ja. Das war's jetzt eigentlich auch so im Großen und Ganzen, was sie zeigen wollen. Ach ja. Und übrigens diese Roadchen, ne? Ich hab das ausgesehen, guck mal hier. Praise the world, praise the not. Wenn ich hier mal draufgehe, hui. Wenn man hier so draufsteigt, ne? Dann fliegt man also weg, ne? Ich drück halt gar nichts. Warte. Muss mal auf die Mitte gehen. Okay, diesmal funktioniert's nicht. Fuck. Ja. Das macht, äh, diese Road. Das war jetzt ehrlich gesagt wirklich nicht geplant. Scheiße. Oh Mann, das war meine gute Axt. Arg. Scheiße. Das war meine gute Axt, Leute. Ich hab hier eh noch eine Stein-Axt hier irgendwo noch umfliegen, da. Mit Bane. Glückwunsch. Ja. Naja, wir wollten uns eh noch Flint-Sachen machen. Könnten uns die Roadsteig-Di-Mann machen. Scheiße. Ich hab sogar noch gewusst, was die bringen. Weißt du was? Ich baue die jetzt ab. Ich weiß nicht, mit welcher Pick man die abbauen kann. Am besten nicht mehr. Die war die Holz-Pick. Ich will jetzt die neue jetzt erstmal nicht verschwenden. Die kann ich nämlich nicht reparieren. Kann man die so abbauen? Ja. Kann man das so abbauen? Ja. Alter. Ja, wow. Das war jetzt echt nicht geplant. Sorry, Leute. Echt. Arg. So, Blank-Pattern. Hier kraften uns mal eine neue Axt. Äh, äh, da. Axt. Hatchet. Und einen Stick und einen Axtkopf. 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 Ähm. Das. Ax-Head. Ups. Die kann man ja hier, genau. So, Flint-Ext-Head. Müssen uns halt eh noch irgendwie extra nochmal Sachen machen. Ach ja, und was ich noch machen wollte. Ach ja, unser Questbook ist ja weg. So, was ich eh noch machen wollte. Ähm. Ja, Aufnahme ist vorbei. Ne, wo waren das nochmal? Ähm, äh, ähm. Doch, das war doch hier. Hier. Ne, äh, Holzrüstung. Weißt du, was ich mache? Ich nutze mal ganz kurz. So, leise wecker. Ich kraft jetzt mal schnell eine Holzrüstung. Damit wir noch etwas Gutes in dieser Folge geschafft haben. So, Boom. 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 Ne, komplette Holzrüstung. Damit hätten wir die nämlich auch abgeschlossen. Als nächstes Spiel auch Leder, Iron, Deer, Gold in Warstil und Hardened Laser. Ich bin voll hart für. Yay, wir sind echt ein Baum. Woo, yeah, woo. Das ist eigentlich so die schlechteste Rüstung hier im ganzen Spiel. Aber komm, ist besser als nackt, ne? Ähm, ach, weißt du was? Den, ähm, äh. Die Axt machen wir in der nächsten Folge auf jeden Fall. Und ich sage, ciao Leute, wir sehen uns. Bye, bye und ciao.